Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich willkommen zur Tele-Stammtisch-Besprechung vom neuesten Highlight in den Kinos. Nämlich Something in the Water, einem Film, der am 5. September in diesem Jahr in die Kinos kommt und den der Werner und ich vorab schon sehen konnten. Hallo Werner. Grüß dich. Jetzt wollte ich, jetzt hätte ich es fast wieder vergessen und ich wollte die schöne Begrüßung machen. Da hinten ist auch ein guter Freund von mir. Hallo Werner. Hallo. Für die Internet-Meme-Freunde, die wissen vielleicht, wo wir, oder wo ich das her habe. Ja, wir konnten uns Something in the Water ansehen und werden im Laufe des Podcasts so ein bisschen euch erzählen, ob das vielleicht was fürs Kino ist für euch oder nicht. Erstmal allerdings wollen wir euch so ein bisschen hinführen zum Thema und Werner, für dich einmal die Frage, wie stehst du denn so zum Subgenre Hai-Horror? Wie sehr bist du da drin? Bist du da ein Sucker oder ist das eher für dich so, dass du sagst, ja, ich gucke mal so der weiße Hai und so, aber der Rest interessiert dich nicht so? Ja, ich liebe das Genre. Also wann immer man einen Hai-Film irgendwo sehen kann, bin ich direkt mit am Start im Kino gleich doppelt, weil es da viel zu wenig davon gibt. Aber mir ist es auch vollkommen egal, ob es jetzt Horror ist oder ob es einfach nur so Trash a la Chagnado ist. Ein guter Hai-Film ist ein guter Hai-Film, ob trashig, ob ernst. Hauptsache gut gemacht. Ich bin da absolut flexibel und für alles offen, wenn die Qualität stimmt. Ja, ich bin ja auch jetzt nicht ein Kind der weiße Hai-Zeit. Wir sind ja beide doch ein bisschen jünger, aber ich muss schon sagen, so in den letzten 20, 30 Jahren, so wenn da ein paar Hai-Horror-Filme dabei waren, also sowas wie Die Plusie oder so, war ich immer stark interessiert, weil ich finde, das Genre gibt zwar ein bisschen weniger, was so Handlungsschauplätze angeht. Da finde ich, macht Die Plusie schon einiges richtig, wenn er das so ein bisschen in so eine Station verlagert. Aber da gibt es halt eine Menge Möglichkeiten, Spannungsmomente und Suspensmomente zu kreieren. Was macht denn für dich einen guten Hai-Horror-Film aus? Also entweder... Er braucht eine gute Ladung Spannung, egal ob man die jetzt halt eben durch Quantität oder Qualität aufbaut. Also entweder muss er spannend sein, so wie eben der weiße Hai, oder er muss durch Action unterhalten. So ein bisschen ja auch wie Die Plusie, hast du ja angesprochen. Der glänzt jetzt nicht gerade durch Horror, sondern eher durch den Unterhaltungswert. Und da hängt es dann halt eben davon ab, wie sind die Haie inszeniert? Sind sie gut gewollt, aber schlecht produziert? Oder weiß der Film, dass er ein billiger Hai-Film ist und haut dafür dann halt eben haufenweise schlechte Hai-Effekte raus und spielt damit? Also alle Wege führen nach Rom, viele Wege führen ans Ziel. Letzten Endes schaffen wir es aber, war da viel zu wenig für ihn heutzutage, irgendwie ans Hai-Ziel zu kommen. Egal, ob sie es jetzt ernst meinen oder trashig. Ja. Der Hai-Way ist in diesem Fall anscheinend ein schwieriger Way. Ja, es werden noch viel von diesen Wortspielen kommen. Wenn mir welche einfallen, liebe HörerInnen, sieht uns nach oder sieht es vor allem mir nach. Ich bin nicht nur ein Sucker für Hai-Horror-Filme, sondern auch für schlechte Wortspiele. Aber ich bin in vielen Teilen auch bei dir. Ich finde gerade, dass ja eine der großen Stärken von Der Weiße Hai, also von Jaws, von Steven Spielberg, falls noch HörerInnen dabei sind, die denken, worüber reden die da gerade? Ich rede von Der Weiße Hai von 1976 oder 74, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Da ist ja eine der größten Stärken eigentlich nur die Produktionsgeschichte an sich selbst. Also dadurch, dass Der Hai so gar nicht so richtig funktioniert hat, ist das ja ein Segen für den Film, weil ich sehe ihn ja am Ende. Also wenn Der Hai dann irgendwann auftaucht bei Der Weiße Hai, ist das ja ein absolutes visuelles Highlight und man kriegt halt einen richtigen Schock, wenn man den sieht. Und das liegt ja nun wirklich daran, dass während der Produktion ganz häufig einfach dieser Hai nicht funktioniert hat und das quasi so ein bisschen so, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, okay, dann zeigen wir einen Hai so spät wie möglich und vielleicht auch so wenig wie möglich. Und das ist, glaube ich, bei Hai-Filmen mittlerweile, weil man ja doch so ein bisschen Kind seiner Zeit ist, mag man ja doch gerne vieles und alles sehen und deswegen neigen, wie ich auch, da gebe ich dir voll recht, neigen mittlerweile ja viele Hai-Horror-Filme dazu, viel von den Haien zu zeigen und dann kann man sich manchmal nicht so recht entscheiden, machen wir es denn jetzt, machen wir es quasi visuell, also mit CGI oder machen wir es quasi mit handgemachten Effekten, mit vielleicht irgendwelchen mechatronischen, ich meine so, wenn man so an die Jurassic Park-Filme denkt, so die ersten zwei, drei sind ja gerade dann stark, wenn da irgendwelche Animatronics, also so keine CGI-Monster dabei sind oder CGI-Saurier, sondern wenn das halt so mechanische Dinge sind. Und genauso sehe ich das halt auch hier. Ich finde gerade Deep Blue Sea, haben wir auch schon angesprochen, hat so seine stärksten Momente eigentlich, wenn die Haie ein bisschen näher dran sind und es keine CGI-Haie sind, sondern halt, ja, Animatronics. Und immer, wenn die Haie animiert sind, finde ich, sehen halt auch die Bewegungen so ein bisschen schnell scheiße aus, weil das dann schlecht gerendert ist. Das hat dann oft ein bisschen so Videospiel-Vibes, ne, so von den Animationen her. Ja, es wirkt dann auch so unrealistisch. Also klar, ich bin jetzt kein Natur, also ich bin nicht irgendwie Jacques Cousteau oder irgendwie der Crocodile Hunter, der irgendwie da irgendwie groß ein Sucker für Tierfilme und Tierdokus ist. Aber ich habe schon so eine ungefähre Vorstellung, wie ein Haie sich bewegt und das sieht mir dann manchmal einfach zu vital und zu quirlig aus, um das wirklich so zu akzeptieren. Eingedenk der Tatsache, wenn wir jetzt so ein bisschen zusammengefasst haben, was so einen guten Haie-Film für uns ausmacht, gab es denn für dich im Vorwege bei diesem Something in the Water irgendwas, was dich angesprochen hat? Du bist ja wie ich ein Kinogänger, der das eine oder andere auch mal im Trailer sieht. Hattest du vorher mit Something in the Water irgendwelche Berührungspunkte? Und wenn ja, was haben die denn mit deiner Erwartungshaltung gemacht? Haben sie die eher gesteigert oder haben sie die eher nach unten sinken lassen? Ich warne vor, das Wort Hype ist verboten. Fünf Euro in die Tele-Stammtischkasse, wenn es kommt. Vorsicht. Okay, dann wirst du heute nicht viel Geld mit mir machen, denn dieses Wort, das ich nicht aussprechen darf, das war nicht wirklich vorhanden. Ich habe nämlich keinen Trailer davor gesehen und auch nicht wirklich bloß Bilder. Das einzige, was ich gesehen habe, war das Poster. Und ich dachte, okay, das Logo ist so in Partyfarben gemacht. Du hast ein Hai drauf, du hast Mädels drauf. Das ist eine gesunde Mischung für einen soliden Haie-Film. Etwas, wo du sagst, das könnte man durchaus mal machen, gerade jetzt so Anfang September, Ende August, wo ja noch ein bisschen so die Sommerzeit ist. Wieso nicht ein Haie-Film? Da dachte ich, okay, Poster weckt mein Interesse. Es ist ein Kinofilm, nicht Direct-to-DVD, was ja auch schon mal ein bisschen so einen kleinen Vertrauensbonus ist. Und dann habe ich mir auch gar keinen Trailer dazu angeschaut, weil ich dachte, hey, hast du sowieso Bock drauf? Also, was will dir ein Hai-Film-Trailer zeigen, was du nicht schon vorher gesehen hast? Und daher habe ich dann einfach nur das Poster auf mich wirken lassen und habe mich gefreut, weil das Logo beleuchtet war. Ja, ich hatte sogar das große Vergnügen, den Trailer gleich zweimal zu sehen. Ich weiß gar nicht mehr. Das eine Mal muss bei meiner zweiten Sichtung von Twisters gewesen sein. Und das erste Mal, was habe ich denn noch direkt? Bei Alles steht Kopf macht es ja keinen Sinn. Das ist ein Kinderfilm. Was habe ich denn noch direkt zum Starttag gesehen vor ein paar Wochen? Borderlands? Ah, Trap von Shyamalan. Nee, Borderlands habe ich nicht gesehen. Das tut mir leid, liebe Leo. Nein, den Film habe ich nicht geguckt. Da habe ich euch kein Geld in den Rachen geworfen. Stimmt, da habe ich den zweimal gesehen in den Trailer und dachte, halt lustigerweise fast so ein bisschen das Gegenteil von dir. Ich dachte, nicht cool, der kommt ins Kino. Und ich dachte, was ist das denn? Warum kommt das denn ins Kino? Weil auch der Trailer schon so, ich dachte, also ich dachte, als ich das sah, das ist so ein PG-13, also so ein Ab-12-High-Film, wo kein Blut drin vorkommen darf, sondern nur so ein bisschen angedeutet werden darf. Und jetzt hast du ja Borderlands im Vergleich zu mir ja gesehen oder im Gegensatz zu mir und kannst da vielleicht aus eigener Erfahrung sozusagen berichten, wie das so ist, wenn so ein R-Rated-Film auf PG-13 runtergedampft wird. Ich hatte ehrlich gesagt 0,0 Interesse an dem Film, was jetzt nicht heißt, Timo, wieso hast du dich dann freiwillig gemeldet, um den zu besprechen und einen Screener abzugreifen? Naja, weil ich halt dachte, okay, der kam halt relativ früh, der Screener, also wir nehmen jetzt knapp eine Woche vor Kinostart auf, wir sind mal so transparent und dann dachte ich, okay, das ist ja vielleicht gar nicht so ein schlechtes Zeichen, wenn sie halt keine Pressevorführung machen, aber uns zumindest Screener zur Verfügung stellen. Wir kommen mal später im Laufe des Gesprächs, ob das wirklich meine richtige, die richtige Intuition, die ich da habe, gezeigt. Aber jetzt mal zurück zur Frage, war das für dich auch so, dass du dann, als du den Film gesehen hattest, also ich spreche jetzt von Something in the Water, so ein bisschen das Gefühl hattest, naja, also irgendwie PG-13 hätte es auch tun können, wenn jetzt die eine oder andere Sache einfach weggelassen worden wäre? Oder war das für dich so ein waschechter R-Rated-Film, der dich also auch in Sachen Härte überzeugen konnte? Ich bin heute zusammengezuckt, als ich gesehen habe, dass dieser Film Something in the Water ab 16 ist. Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, im Film selber fühlt er sich nicht wirklich wie ein FSK 16 an. Ich meine, ja, du hast Blut, mal mehr, mal weniger, aber wenn es zu viel ist, dann ist es ja nicht unbedingt realistisch. Und dementsprechend hat sich dieser Film zu 99,99 Prozent angefühlt wie ein FSK 12 oder mal ganz böse gesagt ein FSK 6 Film teilweise sogar. Also sorry. Was ich krass finde, weil du ja auch von dem Kinoposter sprachst, ich hatte bei der Ansicht von dem Kinoposter irgendwie das Gefühl, dass das so eine, ist jetzt nicht böse gemeint, aber das klang schon irgendwie so wie so eine Hipster-Variante von sowas wie Jaws. Also wie so eine, wir wollen so ein bisschen so eine moderne Variante von der Weiße Hai so einen Sommerfilm machen mit Haien. Und das hat halt irgendwie so im Trailer schon, weil ich auch so dachte, die Grundvoraussetzungen, die Grundkonstellation wird ja relativ deutlich im Trailer, aber dann auch ein bisschen, ja, wenn man den ganzen Film gesehen hat, sicherlich ein bisschen besser offenbart. Aber das waren durchaus schöne Bilder in den Trailern. Sonne, Strand, Palmen. Und so dachte ich, okay, das wird dann wahrscheinlich so irgendwie, hatten wir zuletzt das Häufige mal so einen Film, der eher so Werbung für die Region macht, in der es spielt. So Ticket ins Paradies zum Beispiel mit Clooney und Roberts war so ein Fall, wie ich finde. Oder auch der letzte Transformers, wo man das das Gefühl hatte, man kriegt hier irgendwie von Peru, vom peruanischen Tourismusverband so ein Werbevideo als Reefilm verkauft. Und deswegen dachte ich schon so, also ja, das sieht alles ganz nett aus. So ein bisschen wie dieser Into the Bloom mit Paul Walker damals und dem James Kahn, so ein Scott Kahn und mit Jessica Alva. Aber so richtig angesprochen hat mich das überhaupt nicht. Nichtsdestoweder haben wir uns beide den Film vorab angesehen. Und zwar hatten wir den Screener vorab. Und bevor wir so ein bisschen über filmtechnische Aspekte reden und vielleicht auch darüber reden, was so unsere Erwartungen, ob die eingehalten wurden oder ob sie eher enttäuscht wurden. Worum geht es denn eigentlich in Something in the Water? Kannst du uns das so ein bisschen zusammenfassen? Das ist ja doch eine recht übersichtliche Story. Ja, ich werde mich auch gerade deswegen ziemlich kurz halten und nicht so sehr ins Detail gehen. Sehr gut. Denn so viel gibt die Story nicht her. Im Grunde geht es einfach darum, es ist eine Gruppe von Mädels. Eine der Damen heiratet am nächsten Tag. Und sie entscheiden nochmal einen ordentlichen Mädelstrip zusammen zu machen, auch um vielleicht noch über das ein oder andere Thema zu reden. Und dann geht halt eben alles schief, was schief gehen kann. Und die Dinge nehmen ihren Lauf. Damit habe ich eigentlich schon mehr gesagt, als es eigentlich notwendig ist. Ja, es fasst, wie ich finde, auch ziemlich gut zusammen. Das ist das, was, wenn ihr, also Spoiler-Angst habt, wir versuchen das heute, ehrlich gesagt, so spoilerfrei wirklich zu machen. Aber all das, was wir jetzt erzählen werden, seht ihr eigentlich schon in den ganz normalen Trailern, die jetzt nicht viel offenbaren, aber das Wesentliche. Deswegen seht es uns nach, wenn wir doch bei der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal abdriften in einen Spoiler-Bereich, wenn wir merken, es wird zu spoilerlastig, werden wir vorhin eine kurze Warnung aussprechen. Aber hast du gut gesagt? Ja, es ist so eine... Ich glaube, da müssen sich unsere Zuhörer nicht viele Sorgen machen, weil das Einzige, was wir spoilern können, ist, wer stirbt und wer nicht. Und ganz ehrlich, nicht einmal das wären Spoiler. Ja, das ist tatsächlich so, da hast du sicher recht. Aber so was, ja, ich finde, wenn wir schon sagten, das ist so eine kleine Neufassung von Der Weiße Hai oder von einem Hai-Horrorfilm mit einem neuen Konstrukt. Und wie fandst du denn so diesen Story-Aufbau, dieses... Allein diese Konstellation, wir haben ja vier weibliche Hauptdarstellerinnen, die also zwei Freunde oder vier Bekannte, vier Freundinnen untereinander sind. Und das kommt jetzt in den Trailern tatsächlich noch nicht so raus, aber es gibt ja auch zwischen zwei Figuren eine Vergangenheit und eine Verbindung, die schon ein bisschen, ja, überraschen kann, wenn man zumindest die Trailer gesehen hat und noch nicht den fertigen Film kann. Wie fandest du diesen Story-Aufbau? Eigentlich fand ich ihn ziemlich langweilig und faul, muss ich zugeben. Das ist einfach nur da hingeklatscht und fertig. Also da steckt nicht viel Tiefe, nicht viel Liebe drin, sondern da wird man ins kalte Wasser geworfen. Das ist die Lage. Das sind die Leute. Und in diese Richtung bewegen wir uns. Und das schon nach drei Minuten des Films, glaube ich, oder spätestens nach fünf Minuten ist man eben schon an dem Punkt, wo ich jetzt gesagt habe, in die Richtung geht's. Und mit fünf Minuten Aufbau kannst du so eine Geschichte mit vier Mädels eben nicht wirklich tiefgründig erzählen, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Denn sind wir mal ehrlich, ein High-Film, der braucht nicht unbedingt eine tiefgründige Story oder packende sonst irgendetwas, sondern wenn du hübsche Frauen hast und diese dementsprechend auch zeigst, dann kann so etwas ein High-Film zum Beispiel auch an manchen Stellen retten oder andere Punkte eben, wie wir jetzt ja vorhin schon gesagt haben. Aber in diesem Fall stimmt halt eben nichts, um schon mal ein paar Schritte weiter zu gehen. Ja, ich muss auch sagen, dass jetzt, wenn ich so an die High-Filme so der letzten fünf bis zehn Jahre denke, da fällt mir sowas ein wie The Shallows mit Black Lives Lead, die das nun ja auch mit einem quasi mit so einer One-Woman-Show hinbekommen hat. Natürlich auch, wie ich finde, einen deutlich kompetenteren Regisseur mit dem Jean-Claude Soury oder Sia, wie er heißt. Also der Regisseur, der zum Beispiel Dwayne The Rock Johnson Jungle Cruise gemacht hat und der die beiden oder ich glaube die drei Liam Neeson-Filme gemacht hat, Nonstop, Unknown Identity und den dritten The Commuter, also den mit dem U-Bahn oder mit dem S-Bahn-Menschen. Da merkte man also, in kompetenten Regiehänden kann das ganz gut funktionieren und der kann dann auch so einen begrenzten Handlungsort ganz gut ausspielen und vor allen Dingen kriegen wir, finde ich, bei der Figur von Blake Lively, bekommen wir halt genug Fleisch. Das passt jetzt im Heilfilm, ist natürlich, das ist jetzt kein Wortspiel, sondern es ist tatsächlich, wie ihr kennt, meine übliche Floske. Ich brauche bei einer Figur irgendwas, was mich bei der Stange hält. Bei diesen vier Damen, obwohl wir im Prolog etwas mitbekommen, was eine echt dramatische Situation ist, obwohl es etwas ist, woran Freundschaften, Beziehungen zerbrechen und hier anscheinend ja auch zumindest einen Knacks weggebekommen haben. Obwohl das alles mit dabei ist, sind diese vier Figuren, diese vier Mädels, egal wen, ich könnte mich jetzt nicht mal, ohne dass ich nachschlage an irgendeinen Namen erinnern, sind mir diese vier Damen völlig egal. Die eine ist die überdrehte Braut, die anderen zwei sind die, ja, sich entfremdet und zerstritten habenden und die vierte ist, so wie Uwe, der ist auch hier, also der ist auch noch da. Und deswegen fand ich, also wenn der Film, und das hätte ich so am Anfang schon gedacht, so okay, da ist irgendwie so eine dramatische, vielleicht sogar melodramatische Grundkonstellation drin, aber daraus macht der Film halt nicht großartig was. Der macht eher noch so einen schlechten Gag einmal, als so die zwei Zerstrittenen nochmal, die anderen zwei so irgendwie aufs Korn nehmen wollen, bevor, sag mal so, die Katastrophe losgeht. Aber ansonsten war da halt für mich echt nichts dabei, was diese Form der Charakterzeichnung, für mich waren das alles irgendwelche Knallchargen und irgendwelche echt platten, flachen Figuren. Also es waren echt eher, waren echt eher so, ja, wie soll man es sagen? Ja, also so ein Motto, wir brauchen, die brauchen noch irgendeine Eigenschaft. Ja, die ist halt überdreht, ja, die will ja auch heiraten. Also ich muss das jetzt mal sagen, als jemand, der verheiratet ist, also Bräute sind nicht immer gleich so überdreht am Tag ihrer Hochzeit. Die sind auch vielleicht einfach nochmal still und in sich gekehrt und nervös. Ich kann es auch irgendwie nicht mehr sehen, so diese überdrehte, hibbelige Braut. Und naja, egal. Also wir halten mal fest, von der Story her erwarten wir vielleicht auch gar nicht so viel, weil es im Genre gar nicht so großartig ist. Aber für mich hat diese Konstellation und für uns beide halt überhaupt nicht funktioniert. Ja, dann gibt es ja irgendwo... Das hat auch dafür, dass einem ja auch egal ist, was mit denen passiert. Also da kann ja auch gar keine Spannung aufkommen im Sinne von, oh mein Gott, ich hoffe, sie überlebt. Und oh mein Gott, was passiert denn? Und oh mein Gott. Sondern einfach nur, ja, mach halt, was du willst. Passier halt, was du willst. Und dann kannst du ja in kompetenten Händen, wenn du sagst, ich mach jetzt einfach einen Heilfilm und das wird so eine Art Guilty Pleasure. Also es wird sowas wie zwischendurch mit einem, ja, vom Bodycounter kannst du ja mit vier Figuren nicht so viel anstellen. Es sind halt irgendwie entweder am Ende nicht mehr vier oder es sind noch vier. Aber wenn du halt sowas sagst, ja gut, dann geh ich jetzt über den Gore, dann geh ich über Effekte, dann geh ich über sehr, sehr explizite Gewaltszenen oder sehr, sehr explizite Heilangriffe. Und jetzt muss man mal sagen, der erste Haiangriff, den könnt ihr auch in den Trailern bereits sehen. Oder fragen wir mal mit einer offenen Frage, ist dir da irgendwas von positiv aufgefallen? Also als dann die, sozusagen die Scheiße richtig losgeht mit den Haien oder mit dem Hai. Wie fandst du das? Wir haben diesen ersten Angriff im Trailer gezeigt? Ja, also daran merkt man schon, dass der, oder dass die MacherInnen ja so ein bisschen, also ich hatte so am Anfang das Gefühl so, okay, man geht so ein bisschen diesen Jaws Weg und zeigt uns das Monster oder den Hai so wenig wie möglich, um so ein bisschen auch Suspense zu kreieren. So, wie groß ist er denn jetzt? Oder wo ist er denn jetzt? Und was macht er jetzt gerade? Aber man merkt es im Laufe des Films, dass man irgendwann auch mal so fragt, sag mal, wo ist denn jetzt eigentlich ein Hai? Also habt ihr den irgendwie vergessen? Weil, oder war das vielleicht doch, am Ende hat sie sich vielleicht einfach nur gestoßen? Und dann merkt man so, dass diese ganze Hysterie, die auch aufbricht und die, die über diese ganze Geschichte, ja, sich trägt, also das da einfach, also ich weiß, wir wissen beide, es ist ein Horrorfilm oder ein Hai-Horrorfilm, Figuren machen da manchmal was Dummes. Hier hatte ich das Gefühl, die machen die ganze Zeit was Dummes. Und es sagt auch keiner jemandem mal, hey, lass das doch mal lieber anders machen, sondern die sind einfach so hibbelig und überdreht, dass sie nicht mehr aufeinander reagieren. Wie ging es dir damit, Werner? Das hat sich vor allem dann wieder gespiegelt, als sie mitten in all dem Chaos angefangen haben, sich zu streiken, wo du dir denkst, Alter, das ist doch jetzt vollkommen egal, ob so oder so, der oder das, so oder da. Ich denke mir, Leute, konzentriert euch doch lieber aufs Überlegen, statt auf sinnlose Diskussionen zurückzugreifen. Also das hat total die Chemie zerstört und einfach den Film nach unten gezogen, aber leider nicht zum Hai runter, denn wie du gesagt hast, den sieht man ja so gut wie kaum. Ich hätte ihn schon fast, hey, Flosse der Film genannt, statt Something in the Water, denn mehr sieht man die meiste Zeit gar nicht. Und das kann funktionieren, wenn du das richtig untermauerst, sei es jetzt eben mit einem richtigen Soundtrack oder mit Kameraarbeit oder einem Schauspiel, dass das Ganze einfach noch so ein bisschen an den Zuschauer überträgt. Aber davon ist hier in jederlei Hinsicht nicht ansatzweise die Spur. Ja, das ist vor allen Dingen sehr schade, weil, also jetzt reden ja zwei weiße Männer über einen Film, der nicht nur vier Hauptfiguren hat, also vier weibliche Hauptfiguren, sondern der auch von einer Dame geschrieben wurde. Ah, du nimmst, welche fünfte siehst du denn noch? Du zeigst mir gerade fünf, welche meinst du denn noch? Habe ich gerade irgendwie verstanden? Es sind ja fünf Mädels gewesen, die, wenn ich, sind dann zu später. Stimmt, die Braut, die zwei Freunden. Ach ja, es werden dann ja irgendwann vier. Genau, von dem ersten Angriff. Es sind die vier, die dann halt eben noch um ihr Leben kämpfen, aber am Anfang sind es noch fünf. Spoiler, eine Person stürzt. Da mache ich einen kleinen Disclaimer vor die Folge am besten. Aber zurück zum Punkt und zurück, um den Faden wieder aufzunehmen. Das sind nicht nur fünf Hauptdarstellerinnen und fünf weibliche Hauptfiguren, sondern es hat auch noch eine Frau geschrieben mit Kat Clark und eine Frau Regie geführt, nämlich Hayley Easton Street. Die, und jetzt frage ich dich, wie sehr du enttäuscht bist, denn die Dame ist vorher vor allen Dingen bekannt geworden als jemand oder als eine Frau, die im Visual Effects Department gearbeitet hat, unter anderem bei Star Wars Episode 7, aber auch bei Sex, Niders Justice League. Wie sehr bist du enttäuscht, Werner, als jemand, der, falls unsere ZuhörerInnen das nicht wissen, ein großer Sex-Nider-Fan bist? Wie groß ist deine Enttäuschung? Ich bin erschüttert, weil das wusste ich bisher tatsächlich nicht. Ich hatte sie in Verbindung gebracht mit Star Wars, wie du schon gesagt hast, und auch bei X-Men First Class. Und Grindelwalds Verbrechen war sie ja auch mit involviert, das wusste ich. Da dachte ich, hat sie sich einfach unter die Talente gemischt. Aber bei Sex, Niders Justice League, diese Frau, da hat sie aber nicht aufgepasst, wenn sie dort war und jetzt das abliefert. Ja, und das unterstützt und untermauert ja so ein bisschen die These, dass du die, sagen wir mal so, die Menschen, die in zweiter Reihe im Handwerk arbeit, sprich bei den visuellen Effekten oder auch bei der Kamera, also Grüße an Wally Fiste an der Stelle, der früher ja der Stammkamera-Mann von Chris Nolan war, der dann sein eigenes Regie-Debüt durchaus visuell ansprechend mit Reminiscence, nee, wie hieß es denn noch? Transcendence, Entschuldigung, nicht Reminiscence. Mit Transcendence dann mit Johnny Depp ins Kino brachte und der Film war inhaltlich halt so, dass man dachte, da ist irgendwie nix, Wally. So ist es hier halt auch. Also man hat das Gefühl, okay, also wenn schon die Kompetenz in Sachen Figurenzeichnung, Charakterisierung, in Sachen Storytelling nicht da sind, dann müsste doch zumindest das handwerkliche Zeug da sein, um einen vernünftigen Heilfilm zu inszenieren. Und jetzt will ich nicht wieder vorweggreifen, Werner, wie ging es dir denn mit der Inszenierung dieser Hai-Angriffe? Waren die für dich jetzt visuell sehr einnehmend oder sagst du eher, ja, wann kommt die nächste Szene? Wann geht es denn richtig los? Ein Griff ins Klo war das Ganze, muss ich sagen. Also gerade der erste Angriff, von dem wir es ja vorhin hatten, das ist ja in dem Sinne nicht einmal ein Angriff. Du siehst ja einfach nur, wie sie, knietief war es nicht, ich glaube, das war so Bauchtiefe, wo das war circa, wie es dann auf einmal rot wird und das ist dann der Angriff. Und du denkst dir, bei der Tiefe sollte man ja ein bisschen mehr vom Hai sehen und wenn schon nicht, die flossen dann zumindest irgendwie in Schatten oder irgendwelche Wellen im Wasser. Aber einfach mal das Wasser rot und dann als Angriff verkaufen, das ist billig, das ist lame, das huckt nicht und lädt eigentlich eher so zum Kopfschütteln ein, weil das eben so billig ist. Das war einfach nur enttäuschend und das Ganze wird danach ja nicht besser. Im Gegenteil, das wird sogar noch schlechter, weil es einen Angriff gibt, den man ja dann gar nicht sieht. Und da hat man sich hier keinen Gefallen mitgetan. Weder qualitativ noch quantitativ können einen die Angriffe, haha, über Wasser halten. Jetzt bin ich auf deinem Niveau. Ja, sehr schön, sehr schön. Habe ich dich schon runtergezogen? Habe ich dich schon unter Wasser gezogen mit meinen schlechten Wortspielen? Ich finde mittlerweile ja diese übliche Floskel, man erzählt so einen Satz über den Film und dann sagt man sowas wie, und mehr sollte man nicht wissen, weil dann schlägt das ganze Wendungen und Haken. Das ist manchmal so ein gutes Verkaufsargument für wirklich überraschende Filme. Das Problem an diesem Film ist, man müsste das komplette Marketing und den Titel ändern, um diesen Film halbwegs noch zumindest auf der Oberfläche interessant zu machen. Sondern wenn du im Titel halt sagst, something in the water, kannst du halt davon ausgehen, dass wenn die irgendwann im Wasser sind, dass da irgendwas passiert. Was auch immer das dann ist. Selbst wenn du das dann in den Trailer nicht zeigen würdest, da könntest du noch ein Minimum an Suspense vielleicht kreieren. Aber wenn du, wie ich finde, hier halt so offen bist im Marketing, wenn du halt sagst, so ist ein High-Film und nicht sagst, pass mal auf. Der Film, also so ein Studio müsste meiner Meinung nach in dem Moment sagen, pass mal auf, der Film ist nicht so gut. Was machen wir? Pass mal auf. Wir lassen den schön unter Verschluss erstmal und streuen den mal auf so einem Festival ein. Also wir haben ja in ein paar Wochen das Fantasy-Filmfest, lass uns doch mal den auf einem Festival positionieren. Mal gucken, ob der da ankommt. Und dann kann man ja mal gucken, wir nennen den Film halt, ich nehme jetzt einen Scheißtitel, Hangover 4, jetzt sind es Frauen. Nur also, um den ganzen Spaß halt durchzuführen. So, und dann denkst du so, okay, Prämisse, hier kostet das ja nichts, Prämisse, vier Frauen, fünf Frauen machen einen Junggesellenabschied in der Karibik. Und dann denkst du, ja, klingt ja irgendwie interessant. Dann sagst du vielleicht noch so den Streitpunkt, den zwei Figuren miteinander haben und dann lässt du das irgendwie, dann lässt du irgendwann so das Chaos losgehen. Dann lässt du halt so dieses Set-Benz-Momente geschehen. Und dann könnte das vielleicht sogar was werden, weil du am Anfang vielleicht wirklich nicht weißt, was ist denn das jetzt da gerade im Wasser? Hier, aber so wie der Film halt vorliegt, denkst du, ja, okay, wann kommt denn der nächste Angriff und wie lange geht der Film eigentlich? Und das muss man jetzt an dieser Stelle mal sagen, der geht nur 90 Minuten, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Diese 90 Minuten fand ich ultra langweilig und die zogen sich wie Kaugummi. Wie war das bei dir, Werner? Ja, ganz genau so. Dieser Film hat sich unglaublich gezogen, weil zwischen den Angriffen halt nichts passiert. Okay, nichts ist minimal übertrieben. Es passieren minimalistische Kleinigkeiten, wo man sagen kann, okay, die Story hat sich entwickelt. Aber das sind halt eben keine Fortschritte in der Geschichte, die den Film irgendwie voranbringen, sondern einfach nur ihre Pflicht erfüllen, damit es gemacht ist. Und dazwischen herrscht einfach so viel Leerlauf. Alleine die Braut, du hast ja schon gesagt, weil das ist total übertrieben mit der, die muss ein Gefühl jede Minute sagen, aber ich heirate doch morgen. Ich sollte doch morgen heiraten. Morgen ist doch meine Hochzeit. Und ich denke mir, ja, wir haben es kapiert und jetzt sag was anderes. Ja, ich dachte zwischendurch auch, ich habe einmal, also ich habe den Film mit meiner Frau zusammen geguckt und ich glaube beim dritten oder vierten I'm getting married tomorrow waren wir echt so, dass wir uns beide anguckten und sagten, ach echt, das hatten wir schon wieder total vergessen. Ach, ich weiß auch nicht. Ich nehme mal wieder, also klar, unfairer Vergleich, aber wenn ich schon irgendwie was wie der Weiße Hai machen möchte, dann muss ich mich halt auch ein bisschen dran halten. Der Weiße Hai spielt von Anfang an mit offenen Karten. Da wissen wir halt, es ist ein Hai, weil wir auch schon beim ersten Kill eine Hai-Perspektive kriegen. Und wenn wir sagen, so was ein Hai-Film ausmacht, sind das halt gute Musik, gute Kameraarbeit, Hai-Momente, Suspens. Hat er halt hier gar nicht. Also es tut mir auch total leid, dass wir beide jetzt so in so einem, das ist ja noch kein Rant, aber in so einen, das war alles schlecht Modus geraten. Aber man muss das wirklich sagen, das ist einfach alles auch handwerklich, alles andere als solide, finde ich, oder? Gehst du da mit? Gehe ich vollkommen mit dir, weil man größtenteils da, wie gesagt, nur die Flosse sieht wirklich. Und die kann man ja jetzt nicht wirklich als Highlight verkaufen. Denn zum einen sieht man sie ja immer nur aus der Entfernung. Und wenn man dann halt eben doch mal die Haie an sich sieht, und mal nicht nur ihren Schatten unter Wasser, sondern wirklich mal den Hai an sich, dann sieht er halt schon hässlich billig aus. Auch von der Animation her, wo ich mir dachte, so etwas hat im Kino nichts verloren. Also tut mir leid. Da hat Borderlands ein größeres Recht auf eine Leinwand als Something in the Water. Und das heißt schon was. Okay, krass, den Vergleichspunkt habe ich natürlich nicht. Das ist aber gut, dass du das sagst und wenn du das auch so siehst. Denn du hast ja im Gegensatz zu mir noch diesen Riesenvorteil gehabt, dass du den Film nicht nur einmal gucken konntest, durftest, böse Zungen, wir behaupten, musstest, sondern, also wir plaudern mal aus dem Kästchen, aus dem D-Kästchen. Der Werner ist ja der Sneak-Moderator in seinem Kino in seiner Heimatstadt. Und willst du selber erzählen, was du gemacht hast oder soll ich? Ich kann es gerne machen, weil ich bin wirklich, ich bin selber schuld. Möchtest du vorher hinter die Schattenwand oder möchtest du das offen zugeben? Ich stehe zu meinen Fehlern. Alles klar, dann hau raus. Ich bin ja selber schuld. Ich habe über die Monate davor schon gesagt, da kommt ein E-Film, bitte nehmt den ins Programm, bitte zeigt den. Dann habe ich gesehen, der wird in anderen Sneak-Previews gezeigt. Habe ich im Kino gesagt, Leute, bitte bringt den in der Sneak-Preview, wenn ihr ihn zeigen dürft. Auf den Knien stand er da vorm Kinobetreiber. Bitte, bitte, ich mache alles. Hartz, ich moderiere auch umsonst. Und dann kam es, wie es kam muss. Wir haben beim Telestammtisch die Screener bekommen und ich dachte mir, es gibt keine Garantie, dass ich ihn im Kino sehen darf. Also nehme ich es selbst in die Hand und schaue mir jetzt halt eben zu Hause an. Und dann kam es, wie es kam muss. An einem Sonntag habe ich den Film geschaut. War mega enttäuscht. Und dann bin ich am Dienstag, da ist bei uns immer die Sneak-Preview, zur Arbeit gefahren. Und dann ist mir erst klar geworden, Moment, heute Abend ist Sneak-Preview. Theoretisch hast du jetzt die nächsten Wochen die Gefahr, dass du den Film ein zweites Mal sehen musst. Und diese Gefahr hat nicht lange auf sich warten lassen. Gleich zwei Tage später, an dem genannten Dienstag, habe ich ihn dann ein zweites Mal gesehen. Und da konnte ich dann halt auch nicht mehr rausgehen. Zum einen fahre ich 35 Minuten ins Kino. Und zum anderen, wenn ich unserem Kino schon sage, bitte zeigt ihn, dann kann ich nicht nach einer Minute raus. Okay. Und da saß ich dann. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also, wenn du jetzt mal so einen Film aus der Sneak schon vorab doch mal durch Zufall-Screener irgendwie sehen konntest und weißt, der ist, dürfen wir sagen, da ist something in the water. Ich meine, das machen wir beim Fazit. Dass der Film jetzt nicht so ganz gelungen ist, sagen wir es mal diplomatisch. Wie groß ist dann die Überwindung zu sagen, nee, ich bleibe jetzt bis zum Ende sitzen. Ich gucke auch hin und ich hole auch nicht das Handy raus. Ich meine, wir sind ja, wir finden alle den Kinoknigge, da sollten wir alle natürlich das Handy weglassen. Aber ich meine, wenn man den Film A schon kennt und B weiß, der ist nicht so besonders gelungen. Wie groß ist denn da Werners Zucken, dass er doch mal sagt, ich will hier raus, ich will hier raus. Ich habe es sportlich genommen. Ich habe mir ein Abenteuer draus gemacht und gesagt, weißt du was, ich lehne mich jetzt einfach zurück und schaue, wie die Zuschauer selber untergehen. Ich wollte gucken, wie kommt dieser Film beim Publikum an? Wie reagieren die Leute? Wie viele Leute werden selber rausgehen? Und habe mir wirklich so einen Spaß daraus gemacht. Und habe, klar, ich habe auf die Leinwand geguckt, ich habe den Film angeschaut. Und nebenbei habe ich halt wirklich so dann das Reinen im Raum gehört, wie schlecht der Film ankam. Das hat die Wertung dann danach auch gezeigt. Aber ja, das Publikum hatte genauso viel Spaß wie wir gefühlt, nämlich kaum. Aber sie hatten die sozusagen, ich habe bezahlt, ich bleibe auch deswegen, also sind nicht viele rausgegangen oder gar keiner oder wie war da die Rausgängerquote? Es ist tatsächlich niemand rausgegangen. Aber ich glaube, das liegt dann einfach daran, es gibt gewisse Filme, die sind wie ein Unfall. Man kann nicht weggucken, aber man will eigentlich weggucken. Man will rausgehen, aber man hat bezahlt. Und glaube ich, haben sie sich dann halt eben durchgeschlagen, weil es vielleicht noch ein bisschen, wie du ja gesagt hast, Paradiesfeeling gibt. Schöne Aufnahmen, Wasser und so etwas. Manche Männer sind vielleicht wegen dem Damen sitzen geblieben. Da habe ich keine Umfrage gemacht, aber böse Zungen gibt es. Und so hat sich das dann halt eben gezogen. Aber es hatte auch etwas Gutes an sich, das ich ein zweites Mal gesehen habe. Zum einen natürlich der Vergleich mit der deutschen Stimme, mit dem deutschen Ton. Da gibt es allerdings nichts irgendwie groß zu bemängeln oder zu bemerken. Es ist einfach deutscher Ton, fertig, alles in Ordnung. Aber ich muss zugeben, die Bilder, die haben auf der Leinwand zumindest ein bisschen mehr hergemacht. Also optisch hat die Leinwand den Film tatsächlich, ich will nicht sagen aufgewertet, aber zumindest schöner gemacht. Und dementsprechend ist es halt eben auch so ein Film, auch wenn er wirklich, Fazit wollen wir nicht vorweggreifen, hast du ja gesagt, muss man anerkennen, dass er im Kino optisch mehr hermacht als zu Hause. Aber ja, da hört es dann auch schon auf. Okay, gut. Jetzt haben wir beide auch schon gesagt, wenn der Hai dann mal da ist, das ist halt echt, also das müssen wir an der Stelle sagen, das ist auch wahrscheinlich ein milder Spoiler, aber der kommt halt wirklich sehr wenig zum Vorschein. Und wenn er dann zum Vorschein kommt, wie war er denn dann für dich? Also wie fandst du die Effektarbeit, die da die Herrschaften geleistet haben? Einfach nicht schön. Also nicht schön gestaltet, nicht schön animiert und auch so unnatürlich halt eben. Also du siehst die Szene und denkst dir, bewegen sich Haie seit neuestem so? Ist das irgendwie ein neuer Trend oder wirkt das einfach nur falsch? Da kann man keinen Zugang zu finden. Also das sorgt dann eher dafür, dass man abschalten möchte. Und wenn ein Hai-Film dann dazu motiviert, auszuschalten, wenn man die Haie sieht, dann weißt du, hat man ein großes Problem. Ja, weil ich finde auch, dass das Drehbuch da wirklich sehr unentschlossen ist, was sie denn sein wollen. Also es wirkt dann teilweise gar nicht so sehr wie ein Hai-Film, sondern der Hai ist eher so eine Art Gimmick oder so eine Art von Handlungsauslöser, der dann aber ja doch eine ganze Zeit verschwindet und dann ja ab und zu mal, zumindest wenn ich es noch richtig erinnere, einfach mal so random wieder auftaucht, aber nichts macht. Also da sind so Sachen dabei, da denkst du halt wirklich, was macht der? Also warum frisst der denn nicht einfach alle gleich sofort auf? Also wenn das denn so gefräßige Raubtiere sind, warum macht er das dann quasi so nach dem Zehn-Kleine-Jägermeister-Prinzip und killt da eine nach der anderen, wenn das denn so ist? Und das habe ich nicht verstanden. Und wie wir auch schon angedeutet haben, dafür sind halt auch die Figuren, wenn sie dann ihre Dialoge abrotzen und die Dialoge sind wirklich furchtbar geschrieben, finde ich. Das reißt halt null Kornung mit, das langweilt einen wirklich über weite Strecken und dann denkt man so, ey, wann ist es denn endlich vorbei? Wenn es dann am Ende nochmal so leicht, sagen wir mal so ein, zwei Action-Einsprengselungen gibt, sind die gar nicht so verkehrt, aber sie kommen für mich halt echt viel zu spät und sind am Ende echt nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein, der mich, ich sag's ehrlich, total abgeturnt hat und irgendwie dann erstmal meine Lust geweckt hat, mal ein paar andere High-Filme nochmal in den Player zu schieben oder mal bei Prime Video oder so zu gucken, was es denn da so gibt. Werner, wenn du nichts mehr hast, was du zum Ranten, zum Kritisieren oder auch zum Positiven anmerken hast, dann würde ich uns so langsam uns mal Richtung Fazit surfen lassen. Erzähl, was hast du noch auf der Liste? Ich habe etwas Positives, habe ich tatsächlich gefunden. Und fangen wir mit dem Negativen an, weil da sind wir gerade so im Flow. Was wir ja noch gar nicht so richtig besprochen haben, was aber typisch für Horror ist, sind Entscheidungen. Dumme Entscheidungen, die getroffen werden, Verhalten, das man nicht nachvollziehen kann. Wir haben kurz über die Diskussion gesprochen, die es ja dort gab in der Situation, aber wir werden jetzt nicht zwölern, was sie machen, aber man kann zumindest verraten, dass auch dort Entscheidungen getroffen werden, wo man sich denkt, das wollt ihr jetzt wirklich machen? Das denkt ihr in dieser Situation? Das ist euer Plan? Also da habe ich auch, was das angeht, wirklich den Kopf schütteln müssen. Und da erfüllt man halt eben das negative Horror-Klischee. Entscheidungen, alle schlecht. Da einmal eingehakt. Ich finde zum Beispiel eine der grundlegenden Sachen, die das Ganze erst quasi geschehen lassen, ist so rotzedumm und so ein wenig nachvollziehbar. Klar machen Menschen in Ausnahmesituationen halt tausend Fehler und machen auch mal kapitale Schnitzer, aber du denkst so, ey Leute, warum macht ihr das jetzt so und warum fahrt ihr nicht einfach dahin und macht das nicht so und so? Und das verstehe ich halt nicht. Und wenn nicht das, das ist ja das große Problem, wenn ein Film immersiv ist, dann stört einen das ja gar nicht. Dann sagt man vielleicht am Ende, ja aber warte mal, hätte man nicht oder könnte man nicht. Aber dann warst du halt so drin in der Story, du hast dich in den Charakteren vielleicht wieder gefunden, du hast dich von der Story mitreißen lassen, von der Machart, von Schnitt, von Ton, von Musik, dann ist das alles egal. Aber wenn du in dem Moment schon denkst so, das ist dumm, dann hatte ich der Film nicht. Dann ist der Film halt auch wirklich, ja ich will nicht sagen egal, aber dann ist der Film einfach, dann hat der Film dich ja da schon verloren. Und das finde ich bei Something in the Water ziemlich eklatant. Aber du hast noch was Positives. Erzähl. Genau, aber bevor wir zu den Positiven kommen, haben wir eine Mischung aus Positiven und Negativen. Ein bisschen so ein Jein sozusagen. Genau, was das Negative nämlich ist, was man hier nämlich auch wirklich versemmelt hat, irgendwie wirklich anzusprechen oder rüberzubringen, ist gerade so etwas wie zum Beispiel das Thema Durst. Die sind dort in der Hitze, die sind wer weiß wie lang unterwegs. Das Wasser selber ist sicher auch nicht sonderlich süß und fruchtig und lecker. Aber ich weiß nicht, ich glaube da hat nicht ein einziges Mal irgendjemand gesagt, ich habe Durst oder ich will was trinken. Da dachte ich mir, okay, das hat man schon mal versaut. Aber um langsam mal das bisschen Positive rauszukramen, man hat es zumindest spät, aber zumindest hat man es irgendwann hingekriegt, zum Beispiel das Thema Hitze in Form von Sonnenbrand mal zu visualisieren, aber auch nicht groß zu erzählen. Also man hat da nicht irgendwie darüber gesprochen, oh Gott, ich fühle mich so verbrannt und mir tut alles weh und Hitze, sondern man sieht halt eben, sie haben Sonnenbrand. Das ist was Positives. Sollte selbstverständlich sein, da hier aber vieles nicht selbstverständlich ist, habe ich zumindest gedacht, okay, sie haben an den Sonnenbrand gedacht, also schon mal ein von 100 Punkten. Und dann hat man ja auch mit dem Thema Ebbe und Flut ganz kurz ein bisschen gespielt. Zwar nur für einen Moment, es war nicht sonderlich ausschlaggebend, aber man hat es mit eingebaut und für einen kleinen Moment durchaus was Spannendes draus gemacht. Nicht langfristig, nicht sehr gut, aber sie haben es kurz, zumindest in Erwägung gezogen, damit zu arbeiten. Und das sind so Punkte, wo ich mir denke, ja, man hat versucht zu denken, aber man hat nach einer Minute aufgehört zu denken. Ja. Es gibt noch so einen Moment, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt eine überraschend positive Wendung nehmen könnte. Aber das ist halt auch so, also das ist dann so dumm gemacht. Also wir können das aus Spoilergründen, glaube ich, nicht erwähnen, aber das ist halt wirklich, deswegen bleibe ich mal kryptisch. Das habe ich nicht gekauft. Also da dachte ich so, hä, wieso passiert das jetzt denn so? Und warum geht das? Also es sind quasi so 15 Sekunden und dann ist es auch schon wieder so, oh, okay, dann ist es vorbei. Ja, unser Podcast ist auch schon bald vorbei. Deswegen wollen wir mal so ein bisschen Richtung Fazit und so Resümee gehen. Du hast es ja schon selber gesagt, du hast den Film jetzt noch mal ins Kino oder im Kino gesehen auf der großen Leinwand. Jetzt hatten wir gerade erst vor zwei Monaten knapp den Film im Wasser des Sins auf Netflix. Auch ein High-Horror-Film, ein bisschen drüber, eher so B-Movie-Charme, aber fand ich im Endeffekt ganz okay. Hast du jetzt irgendeine Erklärung, warum gerade Something in the Water ins Kino kommt? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie es ausgerechnet dieser Film ins Kino geschafft hat, denn gerade der von dir angesprochene Netflix-Film Under Paris, also englische Titel halt eben, der hätte in meinen Augen ins Kino gehört, weil den mochte ich wirklich sehr. Ich kann verstehen, viele Leute zerreißen ihn. Ich fand ihn echt gut. Meine High-Nerven hat er getroffen und den hätte ich lieber im Kino gesehen als Something in the Water. Ja, weil der auch so ein paar Momente hatte. Also ich fand ihn selber so typisch Netflix, würde ich sagen, plus ein bisschen okayer. Der hatte aber auch diesen B-Movie-Charme und der hat natürlich diese völlig gaga Grundvoraussetzung, dass da Haie in das überleben können und dass die da schwimmen können. Und das war natürlich nun eingedenk auch der Tatsache, dass es kurz vor den wirklichen Olympischen Spielen in Paris war und diese Grundkonstellation da ja auch im Film gezeigt wurde, fand ich das alles deutlich interessanter als Something in the Water. Ich mache mal auch mein Fazit zuerst kurzum. Ich habe in diesem Jahr, glaube ich, drei Sterne bei Letterboxd, äh, drei Sterne sage ich schon, drei Filme bei Letterboxd mit einem Stern bewertet. Einer davon ist Something in the Water. Ich fand den für 90 Minuten furchtbar langweilig. Ich fand den uninteressant. Ich mochte die Figuren überhaupt nicht. Deswegen, wenn ihr, also ich finde ihr, ich will nicht irgendwie Scheldet für einen Verleiher strafen oder irgendwie predigen, aber gebt für sowas kein Geld aus. Lasst euch nicht irgendwie, ich will mich selber überzeugen, wie schlecht er ist. Gebt einfach nicht ins Kino. Dann haben wir vielleicht große Hoffnung, dass dann in den nächsten Monaten, Quartalen, wenn Ebbe in der Kinolandschaft ist und das ist ja offensichtlich schon so. Ich finde, man merkt momentan schon so die Autoren- und Schauspielerstreikauswirkungen, aber bitte doch nicht mit sowas auffüllen. Werner, wie schlimm war es bei dir? Wie ist dein Fazit? Ich setze diesen Film auf das gleiche Level wie Borderlands und das ist für mich bisher der schlechteste Film des Jahres gewesen und Stand jetzt wird Something in the Water diesen Titel mit Borderlands ausmachen am Ende des Jahres. Das sind, also sehr viel langweiliger und schlechter geht es fast gar nicht, was Filme angeht und das halt eben in den jeweiligen Genres. Borderlands, Action, Science Fiction und so Zeug. Und hier hast du halt eben einen High-Film, also sehr viel unweiliger und schlechter und egaler kannst du einen High-Film kaum gestalten. Also da gibt es nicht ansatzweise eine Empfehlung von mir und selbst wenn er dann kostenlos auf Netflix zu sehen ist, kann ich ihn nicht empfehlen, denn das ist nicht mal ein Film, den kannst du nebenbei laufen lassen, weil so wenig passiert, dass du ja dann noch weniger mitkriegst und gar nichts vom Film übrig bleibt. Also daher keine Empfehlung, so leid es mir tut. Ich bin ein großer High-Fan, ich habe eine große Sammlung, sogar so etwas wie Mac 2 schaue ich mir an und dem kann ich noch was abgewinnen. Aber das hier, das war im besten Fall eine Nullnummer und somit will ich nicht noch weiter mich in Rage reden. Dann bist du ja vielleicht noch ein bisschen firmer in dem Thema als ich. Also ich würde jetzt mal natürlich, die schon angesprochenen, da weiße High, das ist natürlich eine klare Empfehlung, das ist ein Klassiker. Die Plus, die hatten wir auch schon erwähnt, finde ich ganz gut und ich habe so meinen Frieden gemacht mit The Shallows. Ich finde wirklich, das sind so drei High-Filme, wenn man so etwas Ähnliches sehen möchte wie Something in the Water, nur in Besser oder in Gut, dann sollte man da zugreifen. Aber hast du noch so eine Empfehlung, die vielleicht nicht so glanzu offensichtlich oder mainstreamig ist wie meine? Irgendwas aus dem Genre, was dir ins Auge gesprungen ist, wo du sagst, das würde ich gerne unseren Hörern empfehlen, bevor sie sich an Something in the Water vergreifen? Ich würde sagen, da gibt es sogar eine bessere 1 zu 1 Version von diesem Film und das ist Open Water. Weil da geht es ja auch darum, dass die einfach nur im Wasser alleine sind und eben unter Haien überleben müssen. Aber die machen das halt eben dort viel authentischer. Also wenn ihr das, was ihr hier zu Hören und Sehen bekommt, interessant findet und sehen wollt, ignoriert diesen Film, schaut euch Open Water an. Es ist im Prinzip die gleiche Story, dass man auf offener See überleben muss, nur eben in Besser. Und ansonsten würde ich eben noch 47 Meters Down empfehlen. Da ist auch der zweite Teil noch ziemlich ordentlich. Der dritte Teil wird aktuell gedreht, soweit ich weiß. Also wie gesagt, die Open Water Reihe hat, ich glaube, drei oder vier Ableger, 47 Meters Down, zwei Teile. Da gibt es viel bessere Alternativen als das. Von daher müsst ihr Hai-Fans nicht verdursten. Ihr müsst euch nur für ein anderes Meer entscheiden. Kennst du diesen Bait-Haie im Supermarkt? Ja. Wie findest du den? Der ist auf seine eigene Art unterhaltsam. Der ist natürlich auch total dämlich drüber. Aber es ist einer dieser Hai-Filme, die wissen, was sie sein wollen und machen das dann halt eben gut. Ja, also ich habe den vor kurzem auf Prime Video geguckt. Den gibt es da in irgendeinem Channel, den ich abonniert habe für eine Zeit lang, weil ich ganz viele Horror-Filme nachholen beziehungsweise nochmal gucken wollte und habe den gesehen und fand den in der Synchro furchtbar. Dann habe ich den im O-Ton gesehen und fand den noch schlechter gespielt eigentlich, weil du dann merkst, was das für schlechte Schauspieler eigentlich teilweise zumindest sind. Aber irgendwie macht der doch so irgendwie die eine oder andere Sache richtig gut und richtig Spaß. Also da von mir eine milde Empfehlung. Den könnt ihr, wie gesagt, bei Prime Video auf einem Channel abonnieren. Ich haue euch vielleicht in die Show, wie der Channel heißt, dann könnt ihr da mal selber reinschauen. Bevor ihr wirklich das tut und euch Something in the Water im Kino gebt, lasst das lieber sein. Und wenn ihr eine ganz verrückte Empfehlung haben wollt, letzter von mir, dann schaut euch Ghost Shark an. Der ist wirklich total drüber. Ein Hai stirbt, kommt als Geist wieder und taucht überall auf, wo Wasser ist. Also könnt ihr euch vorstellen, wo man den dann überall sieht. Und da gibt es ein paar sehr kreative Kills. Also wirklich Dinge, die hast du noch nicht gesehen. Und wenn du siehst, denkst du dir, ja, so geht ein kreativer, genialer Trash-High-Film. Ghost Shark. Gibt es doch auch auf YouTube. Okay, dann packen wir Ghost Shark auf jeden Fall noch auf die Trash-Watch-List, wo wir Grüße an Sven und Till und wie sie alle heißen aus der Redaktion, die sich vielleicht freuen über diese Empfehlung oder sagen, ach, den habe ich doch schon längst gesehen. Ja, wir haben schon gesagt, wir mochten Something in the Water gar nicht. Er startet am 5. September im Kino. Das gehört davon halber auch gesagt. Falls ihr euch ins Kino verirrt, ja, selbst schuld. Wir haben euch gewarnt. Ich weise gerne an dieser Stelle zum Ende unseres Podcasts hin auf die Filmgalaxie, wo ihr den guten Werner finden könnt bei YouTube. Da hat er euch vor kurzem zum Beispiel versucht zu erklären oder auch die Frage gestellt, warum jetzt eigentlich Borderlands ins Kino kommt. Können die Seherinnen und Seher, also die Viewer bei YouTube eine Antwort erwarten? Hast du eine Antwort für sie parat und magst du sie hier zumindest andeuten? Warum ist Borderlands deiner Meinung nach ins Kino gekommen? Hast du auch keine Ahnung? Da gibt es, glaube ich, keine Antwort dafür. Keine logische Antwort. Ja, cool. Das ist doch schon mal gut. Aber ansonsten können wir in den nächsten Tagen, Wochen da irgendwas erwarten, was du da wieder für die Mitglieder, beziehungsweise für die Mitglieder, sag ich schon, für deine Abonnentinnen und Abonnenten zur Verfügung stellst. Was können wir da als nächstes sehen? Ah ja, weil es mit dir so viel Spaß gemacht hat, werde ich noch ein Video zu Something in the Water machen und mich da noch mal austoben. Also Werner anhincht, wenn ihr es so wollt. Ansonsten gibt es da ein paar interessante Themen, über die ich noch sprechen möchte. Gerade hatte ich erst wieder die Diskussion mit dem Thema Stirbt das Kino? Und da habe ich so meine ganz eigene Sichtweise, wo ich mir denke, vielleicht mache ich mal ein Video zu dem Thema Stirbt das Kino oder nicht? Oder was ist mit den physischen Medien? Sterben DVDs oder nichts? Das sind so Themen, wo ich mir denke, ja, da möchte ich in Zukunft mal ein Video machen. Das klingt auf jeden Fall spannend. Also liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur den Titelstammt abonnieren, sondern gleich bei YouTube, bei der Filmgalaxi auch noch ein Abo hinterlassen, dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Ja, für den Titelstammt selber bleibt mir nichts anderes übrig, als natürlich jetzt auf unsere nächsten Recaps hinzuweisen. Denn die Ringe der Macht bei Prime Video wird natürlich von unserem A-Team in Sachen Recaps gerecapt. Also da müsst ihr natürlich euch ein bisschen Zeit einplanen. Also da kann es schon mal sein, dass so eine Dreiviertelstundenfolge auch mal drei Stunden gerecapt wird. Aber wenn es halt so viel Spaß macht, dann müsst ihr da einfach einschalten. Ansonsten wisst ihr ja, bei uns kriegt ihr immer die neuesten Kinostarts relativ frühzeitig und schnell nach Embargo Ende. Und wir haben so ein bisschen was noch im Köcher im Vorlaufe des Fantasy Film Fest. Da sind wir schon dabei, einige Screener zu sichten und werden euch dann zugegebener Zeit vorab vor dem Festival auf jeden Fall die ein oder andere Empfehlung mit auf den Weg geben. Da freuen wir uns auch besonders drauf. Wir würden uns auch ansonsten tierisch freuen, wenn ihr unseren Discord-Server mal besucht. Der ist ja noch relativ frisch, der freut sich aber, der freut sich über jedes neue Mitglied und über jeden Menschen, der da ein bisschen mit uns plaudert. Wenn ihr uns mal in Person seht, bei irgendeiner Pressevorführung oder im Kino, dann schnackt uns immer auf jeden Fall an. Wir beißen auch nicht, wie der Chef immer im Outro sagt, sondern wir beißen tatsächlich gar nicht. Und es wäre super, wenn ihr uns nicht nur abonniert, sondern wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcast uns abonniert habt, dann hinterlassen es doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung und dann werden wir so ein bisschen weiter in den Algorithmus nach oben gespült und würden uns einfach freuen, dass wir ein bisschen sichtbarer werden. Werner, bevor wir uns verabschieden, sage ich vielen, vielen Dank, dass du mit mir dich über Wasser gehalten hast und dieses Highlight mit mir besprochen hast. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal still. Du darfst dich gerne von unseren Hörern verabschieden und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Ciao. In erster Stelle natürlich auch ein großes Dankeschön an dir. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier durch die Gegend zu schwimmen und dieses High-Abenteuer zu genießen. Aber das große Dank gehört natürlich unseren Zuhörern. Danke fürs Einschalten. Ich bin sehr gespannt, wie der Film euch gefallen wird, was ihr dazu zu schreiben habt. Also da werde ich definitiv mitlesen. Was ich nicht tun werde, ist mir diesen Film nochmal anschauen und damit bin ich für heute durch. Macht's gut zusammen. Wir sehen uns und hören uns. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus